Hi Freunde, willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hallo Team. Hallo Team. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute zu einem Matchmaking auf Nuke. Mal sehen, was wir erreichen können. Zehn Runden brauchen wir. Ich habe die Map so gut wie noch nie gespielt im Matchmaking. Das Team teilt sich auf. Das ist auch schon mal sehr gut. Naja, einfach mal gucken, was wir hinkriegen. So, erst mal direkt von oben, weil ich einfach keine Ahnung habe, wo die Leute stehen können. Natürlich kommt gleich noch einer ums Eck, wenn man nachlädt. Ah, es ist schon so schwachsinnig, finde ich, dass ich das Team auftrage. Uh, 32er Team. Nicht gerade der Hit, ne? So, komm schon Blau, du holst das. Ich glaube an dich. Nope. Terrorists win. Go, let's go. Instant 2 Kills gemacht, aber nicht schlecht. Ja, die Runde war doch ganz akzeptabel, ne? Ja, 3 Kills und ne, äh, und ne, assist. Kannst du einen 1-Drip? Hier, du hast die Runde, du denkst, du wirst gewinnen. Danke. Let's go. Ist auch mein erstes Match heute, also so rein gar nicht warm gespielt. Aber die erste Runde haben wir geholt, also soweit erstmal ganz cool. Let's throw in the flashbank. Throw in the flashbank. Smoke. Let's throw in the flashbank. Affirmative. Yes, yes, yes. Affirmative. Affirmative. Don't. Ja, läuft das, ne? Ja, läuft das. Ja, läuft das. Da sind da plötzlich zwei Stück. Ja, läuft das. 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 Ja. Ich weiß nicht, wer die Stahlwillig spielte. Ja, läuft das. Ja. 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 Flachbank Flachbank I'll throw the flashbank Throw the decoy Throw it block Blitz Oh look out Oh that's been split Throw it block Grenade Grenade out We're going to win We're going to win We're going to win We're going to win So, schau mal, jetzt will ganz vorne laufen, dass ich's gleich nicht so weit hab So, schau mal, jetzt will ganz vorne laufen, dass ich's gleich nicht so weit hab Ich meine, es läuft dafür, dass ich die Map eigentlich nie spiele, sieben Kills, zwei MVPs, ich kann mich erstmal nicht beklagen. Das ist eine A-Site, eine 9HV. Das ist eine 9HV. Everywhere know where's the last? Move it, move it! I'll throw the flashback. Move! Move it, move it! Move it! Move it, move it! Move it, move it. Ich habe den Bop geplant. Der Bop ist geplant. Wir müssen gewinnen. Oh, sorry, 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 sorry. Ich habe den Bop geplant. 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 Sorry, 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 sorry! Ich habe den Bop geplant. Okay, das war's. Ja, gut, ich war vollflascht, aber ich geh durch die Tür nicht mehr durch. Letzte Runde, ich geh durch. Oh, in 14, ja doch, war letzte Runde. Ja, war richtig geil. Egal. We are going to do this. We are going to win. vor allem ich hab jetzt schiss es sind mindestens noch sechs runden und ich darf keinen mate anhütten naja immerhin zwei habe ich mitgenommen ist okay ist okay teammates können auch mal ein bisschen carry ich hab da bin ich auch der einzige der zwei kills gemacht habe ich bin selber fünf leute ich bin selber fünf ach so nein wir sind ja anderes team okay ich nehme alles zurück fallback team fallback back 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 no no team fallback that's a negative fallback back 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 blazing das blazing auf aktiv das das các Ich meine, wie gesagt, wir haben die 10 Runden, das ist alles, was mich interessiert hat. Also, ok, das heißt, Niu kommt jetzt aus dem Pool raus, da musst du jetzt genau vor mir stehen, Junge. No one is coming outside, they went outside, they went outside, they went outside, we have to get out of here. Ja, Niuke, das ist nicht meine Map, ich meine, es läuft gut, aber ich kenne die Map halt absolut nicht. Was war jetzt eigentlich sein Problem, ich bin Zweiter, ich hab 16 Kills, weiß ich, also peace und peace noch mit Stolz, so. Da gibt es wesentlich schlechterere Grad hier bei mir. Ich belle say at least 1 last, alright. GZ. We Choose Glaube. Am Kuss, sp�t. So was, ich bin glaube ich, genau. Da sind dann alle so Toxik, so L sprechen wir mal k Dus Undertaker oder so aber haben wir aber 1 kill mehr, aber ich... Oh, und das nervt! Back, back! Hier! Ich meine, wir haben 5 Minuten Vorsprung. Das ist doch alles im grünen Bereich hier. Ich habe 4 Kills Vorsprung zu Purple. Natürlich, genau in dem Moment, wo ich mich an der Nase kratze, kommt wer da raus. 3 und 3. Ja, das holen die Jungs. Easy, easy. Und solange ich jetzt nicht gerade letzter wäre, ist alles okay. Ich meine, ich habe 4 Kills Vorsprung zu Purple. Der hol jetzt auch schon. Ich verstehe es nicht, es ist eine originale AK. Warum guckt man die sich in-game an? Wäre es jetzt irgendeine Klasse? Okay, da kommt schon die Standard-AK. Da in-game. Und dann verballert man so einfache Kills. Ich meine, ich bin auch nicht der Beste. Ich verballere auch öfters mal echt einfache Shots. Aber sowas ist dann unnötig, finde ich halt. Ich meine, korrigiert mich gerne, wenn ihr das anders seht. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Aber ich finde das totaler Blödsinn, sich da eine Original-Waffe... Oh, 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 oh! Okay, er kauft sich eine Auto-Tacke. Jetzt verlieren wir das und dann haben wir den Salat. Dann haben die Gegner einen Auto-Sniper und dann... Ach, nee, Leute. Anstatt... Warte mal. Wieder mal was normales kaufen und mir was droppen, weil ich... ...ść. ść. Schraubung. Ok. Entklaring. Untertitelung. BR 2018 Ich halte meinen dritten Platz dank den MVI, zweiten Platz dank den MVPs. Und jetzt ist der Moment, wo die Gegner dann eine Autotacke in die Hand kriegen. I don't know the places, man. Who is fucking... Naja, das will ich machen. Ich meine, ich bin guter Dinge, dass wir noch zwei Runden holen, aber trotzdem. Und ich kann mir nichts vorwerfen hier, ich hab 18 Kills, 3 Assists, 3 MVPs, 16 Dead. Ich kann mir nichts vorwerfen, ich spiel oben mit mir an dem Team, also... Daher... Zwei Runden werden wir jetzt noch kriegen. Warum wir jetzt so reinpushen, ist mir allerdings ein Rätsel. 2-on-4 und auf Böschkeiner. 1-2 und auf Böschkeiner. 1-2-1. 1-2. 1-2-1. 1-2. 1-3. 1-3. 1-4. 2-4. 2-4. 1-4. Ach, fuck. Na ja, sie kam jetzt von allen drei Seiten. Das hätte ich groß machen sollen. Ich habe ihn vorher verfehlt. Ich hätte ihn gleich kriegen müssen. Dann wäre es kein Thema gewesen. Ey, Leute, ihr seid Onspot. Wie kann mich von hinten jemand kriegen? Ich sag, wir verlieren es, wir verlieren es. Wir können froh sein, wenn wir es ein paar Einuch holen. Ich meine, ich bin nicht der beste Spieler. Das weiß ich. Das ist mir völlig bewusst. Aber wenn mein Mate Onspot steht, gehe ich davon aus, dass ich gefahrlos Onspot gehen kann. Ah, ja, man, so... Flashbang. Deploying Flashbang. 1 ist 5hb Als ob er mich instant headshuttet, wäre ich bloß auf meiner Position stehen geblieben. Jetzt sind sie salty. Verlieren wir. Wie wir uns da draufraschen und uns wegrasieren. Ja, das war jetzt scheiße, weil jetzt haben wir kein Geld. Und die haben Geld. Und jetzt werden wir das Thai holen. Ja, kaufen was geht. Der Decoy noch, dass man auch hier aufs Leitwisch kann ich noch was kaufen. Sehr schön. Komm, ich will das Spiel gewinnen. Sehr nice. Sehr gut. Bum ist roto. Bum ist rot. Ja, haben wir es doch noch gut? Nein, ich bin auf den dritten Platz abgerutscht. Schade, aber naja, war trotzdem ein gutes Game. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich wie immer mit Däumchen nach oben freuen. Lasst doch gerne mal einen Kommentar da, wenn ihr irgendwelche Ideen oder sonst was habt. Ich weiß nicht, ob es vielleicht auch zum Uprank reicht. Aber ich bezweifle, dass die letzten Spiele waren wieder zu beschissen. Natürlich nicht. Wie gesagt, lasst gerne einen Kommentar da oder sonst irgendwas. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.